Moin, hier ist Ralf aus der Kaschert-Sportfiliale in Bremen. Du suchst als Laufschuh vielleicht einen absoluten Allrounder? Hier ist er. Ich stelle euch heute den Clifton 6 von Hoka Ohne Ohne vor. Der Clifton 6 bietet dir eine sehr gute, sichere, komfortable Dämpfung. Auch gerade wenn du längere Strecken unterwegs bist, hast du hier einen optimalen Dämpfungskomfort. Wenn du zwischendurch mal ein bisschen Gas geben willst, ein bisschen schneller unterwegs sein willst, der Hoka 6, der Clifton 6 hat eine 5mm Sprengung und wiegt unter 260 Gramm bei einer Schuhgröße von 43, sodass du auch eine super Rückmeldung von der Straße kriegst. Ich persönlich versuche immer gerne über den Mittelfuß zu laufen und brauche keinen Schuh, der mich in der Ferse nach unten zieht. Der Hoka hat einen Meta-Rocker, das ist diese leichte Whip-Funktion, die dich eigentlich super in den Mittelfuß reinbringt. Du kannst gar nicht über die Ferse aufsetzen. Das heißt, egal wie du unterwegs bist, hast du mit diesem Schuh einen super Allrounder. Der Preispunkt ist bei 140 Euro, völlig in Ordnung. Also keep on running. Möchtest du dich selber einmal von den Vorteilen des Clifton 6 von Hoka ohne überzeugen, komm einfach in einer unserer Carstadt Sports Filialen vorbei. Wir warten auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.